Nachschluss des Renntages schickst du Peter Platzer mit Diamond Select ins Rennen. Ein Amateur von über den langen Weg. Die Startnummer ist super. Wie schaut es mit dem Weg aus? Ach, er ist schon über 2-6 gelaufen. Das macht ihm eigentlich nicht so viel aus. Die zwei Gegner sind aber doch relativ stark. Kann er dir auch noch einen guten Tag halten? Also so gesehen halten ist schwierig, weil die sind... Also Gewässig-Joker ist auch eindeutig besser. Und Palima Foto ist ja auch eine klasse Rose. Aber vielleicht bekämpfen sich die zwei. Und wenn er ein geschones Rennen hat, dann kann er natürlich am Schluss eingreifen. Aber er wird sehr wahrscheinlich in der Wette landen. Davon gehe ich aus.